Eine weitere, wirklich tiefgreifende Frage, die sich auf meinen Abenteuern immer wieder zwangsläufig früher oder später aufdrängt. Und auch du, Herr Roders, wirst die Tragweile der Frage wirklich, wirklich verstehen. Wenn du so weit bist, und glaub mir, du bist im Moment noch nicht so weit, deswegen das Beispiel mit der Tür. Wenn du so weit bist, werde ich dir die Frage noch einmal stellen und dann wirst du denken, ja, klar, das macht doch Sinn. Aber noch bist du nicht so weit. Ich werde dir die Frage jetzt stellen und du wirst dir denken, klar, die Frage ist doch lächerlich, die Antwort ist offensichtlich. Das wirst du dir denken. Aber wenn du dann irgendwann mit fortgeschrittener Reife zurückblickst, retrospektiv, wirst du dir die Frage noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Und du wirst feststellen, ey, so offensichtlich war das Ganze ja gar nicht. Und die Antwort der Frage ist wirklich tiefgreifender. Die Frage ist, was macht blaues Licht? Sicher denkst du dir, es leuchtet blau. Aber tut es das? Tut es das wirklich? Denk drüber nach. Das ist sicher. Vielen Dank.